Und das war's auch schon? So eine mickrige Cola? Ich hingegen hatte da etwas mehr Glück. Mehr? Schau dir mal meine Portion an. Ich hab noch nie so eine große Cola-Flasche gesehen. Aber die, die am wenigsten Glück hat, kann anfangen. Mary, du bist es. Okay, das ist ganz einfach. Ich muss nur diese Flasche öffnen. Aber wie denn? Selbst meine Zähne helfen da nicht wirklich. Aber ich werd das noch schaffen. Na komm schon. Na also. Ich hab doch gesagt, ich würde herausfinden, wie das geht. Das war köstlich. Zu schade, nur dass es so wenig war. Emma, jetzt bist du an der Reihe. Oh, das ist mein absolutes Lieblingsgetränk. Und im Gegensatz zu Mary, hab ich auch genug davon. Richtig gut. Hm, ich hab Lust auf ein Experiment. Wie wär's denn, wenn ich in meine Cola etwas Honig hinzugebe? Cool. Ich bin mir sicher, das wird lecker. So. Jetzt muss ich das alles nur ein bisschen durchschütteln. Das müsste genügen. Und ich will sie ja natürlich nicht warm trinken. Also muss ich sie ein bisschen abkühlen. Das war's. Jetzt kann ich sie trinken. Oder um genauer zu sein. Jetzt kann ich sie essen. Oh, wow. Du hast dir ja ein Gelee gemacht. Ganz genau. Und alles nur dank dem Honig. Ich bin absolut begeistert. Ich will gleich alles aufessen. Das Ding zieht sich voll lang. Das muss ja sicher richtig lecker sein. Oh Mann, das war's auch schon. Mensch, jetzt klebt das Ding. Wollt ihr mir helfen, Mädels? Äh, nee, sicher nicht. Okay, der Tisch hat mir dabei geholfen. Meine Hand ist immer noch klebrig. Aber die könnte ich ja auch noch ablecken. Wie auch immer. Jetzt wird's Zeit, dass ich meine Cola probiere. Ich hab auch schon einen Strohhalm parat. Cool, nicht wahr? Oh nein. Wie soll ich meinen Strohhalm wieder rausziehen? So werde ich es doch sicher nicht schaffen, die Cola zu trinken. Okay, gut, dass ich noch ein paar Strohhalme habe. Der ist jetzt lang genug. Emma, ich schlage vor, wir nehmen uns etwas von ihrer Cola. Hey, was ist das denn? Mädels, ihr solltet euch schämen. Hat man euch etwa nicht beigebracht, dass man nicht einfach so die Cola von jemand anderem trinken kann? Ich glaube, der müssen wir in der Lektion erteilen. Alles klar, gut, dass wir ein paar Mentos mithaben. Das war's auch schon. Oh, gleich fliegt das Ding in die Luft. Oh nein. Das Ding ist wirklich explodiert. Jetzt bin ich total klebrig. Du meine Güte. Und jetzt kann ich nichts mehr trinken. Wobei, das war lustig. Das war's wert. Oh Mann. Das ist ja wirklich eine winzige Portion. Oh, das sind ja würzige Nudeln. Da freue ich mich gar nicht. Meine Güte. Wenn das der Fall ist, dann sieht die Sache ganz schön schlimm für mich aus. Äh, Kate, aber du darfst diesmal anfangen. Alles klar. Ich bin schließlich kein Feigling. Außerdem habe ich ja nicht viele Nudeln. Oh, das ist ganz schön scharf. Mädels. Du meine Güte. Ihr werdet eine ganz schön unangenehme Überraschung erleben. Äh, das sieht gar nicht gut aus. Emma, ich beneide dich gar nicht. Je schneller ich das aufesse, desto schneller habe ich es hinter mich gebracht. So weit, so gut. Oh ne, ich glaube, jetzt weiß ich, wovon Kate gesprochen hat. Das ist mega scharf. Oh, so viel Feuer habe ich ja gar nicht erwartet. Jetzt geht's mir besser. Das Wasser hat mir geholfen. Mary? Ich will ja nichts sagen, aber jetzt bist du dran. Ich werde das noch nie im Leben schaffen. Aber ich kann es zumindest versuchen. Ich zeige euch gleich, wer hier was drauf hat. Mädels, ich glaube, ich halte das nicht aus. Mir ist schlecht. Emma, ich brauche Wasser. Okay, wir sind Freunde. Und Freundinnen lassen einander nicht im Stich. Mary, wir werden dich retten. Jetzt geht's mir um einiges besser. Jetzt kann ich weiter essen. Aber ihr müsst mich schön weiter einsprühen. Mary, auf uns kannst du dich verlassen. Na komm schon, sprüht doch endlich. Benno, ich glaube, ich habe kein Wasser mehr. Uh oh. Nein. Das ist ganz schön schlimm. Jetzt brenne ich. Ach du meine Güte. Mädels, tut mir leid wegen euren Haaren. Was für ein blöder Kaktus. Meiner ist auch noch um einiges größer. Du meinst, du hast einen großen Kaktus? Schau dir meinen an. Ich glaube, ich war gleich in Ohnmacht. Okay, entspann dich. Das wirst du schon irgendwie schaffen. Los, Mary, fang an. Zeig uns, wie das geht. Ich habe eine Idee. Ich muss diesen Kaktus einfach die Stacheln rausreißen. Dafür nehme ich mir eine Pinzette. Das klappt doch schon mal gut, oder? Der schmeckt aber trotzdem nicht besonders gut. Aber die Idee mit der Pinzette hat funktioniert. Zumindest piekst er nicht mehr. Emma, jetzt bist du dran. Okay, ich werde die Stacheln einfach auch loswerden. Aber auf eine andere Weise. Ja. Fertig. Wow, Emma, du bist ja ein echter Nenenser. Bravo. Dankeschön. Ich habe mich bemüht. Genug geredet. Zeit zum Essen. Äh, nein, selbst ein Nenenser schafft sowas nicht. Das ist viel zu ekelhaft. Igitt. Aber du musst das trotzdem noch aufessen. Wer hat sich bloß diese blöden Regeln ausgedacht? Nein, ich glaube, ich hatte genug. Das ist das ekelhafteste, was ich je gegessen habe. Kate, jetzt bist du dran. Womit habe ich das nur verdient? Ich tue es einfach genauso wie Mary. Ich nehme mir eine Pinzette und fange an, die Stacheln rauszureißen. Ich habe eine bessere und eine schnellere Idee. Kate, hier hast du eine Säge. Eine Säge? Nein, danke. Ich schaffe das auch so mit der Pinzette. Alles klar. Ich glaube, wir müssen ein bisschen abwarten. und dann meinte er zu mir. Nee, und dann meinte ich zu ihm doch. Kate, wann ist das denn endlich vorbei? Ich kann nicht mehr warten. Ach, komm schon. Hör auf zu jammern. Ich bin doch fast fertig. Das war's. Seht ihr? Hey, seid ihr einfach eingeschlafen? Wie auch immer, ich probiere jetzt meinen Kaktus. Der riecht übrigens gar nicht so schlecht. Oh, der schmeckt richtig widerlich. Der ist ja so richtig bitter. Aber wenn die jetzt gerade schlafen, werden die doch eh nicht bemerken, wenn ich ihn einfach wegwerfe. Was ist hier passiert? Ah, das war ich. Ich habe ihn gerade aufgegessen. Das war fürchterlich. Und dann habe ich den Topf weggeworfen. Oh, my Kate. Eindeutig. Yeah, ich liebe Nutella. Und ich mag es, wenn es viel Nutella gibt. Wow. Wow. Und ich habe am meisten in dieser Runde. Wow. Voll cool. Okay, du kannst anfangen. Moment mal, ich werde sie noch nicht probieren. Zuerst muss ich mir winzig kleine Toastbrote machen. Schaut mal, dafür benutze ich diese winzig kleine Küche. ein bisschen abwarten. Umdrehen. Und fertig ist mein kleines Toastbrot. Jetzt wird es Zeit, dass ich da die Nutella draufgebe. Oh, schaut doch nur, wie niedlich das aussieht. Voll niedlich und natürlich richtig süß. Oh, ja, das war es wert. Solche Toastbrote könnte ich jeden Morgen essen. Oh, Mino, zu schade, dass ich keine Nutella mehr übrig habe. Mary, jetzt bist du dran. Wow. Na endlich. Ich nehme mir einfach Nutella pur. Ich brauche kein zusätzliches Essen. Wow. Mein Finger wird da genügen. Mann, das ist einfach atemberaubend gut. Äh, das ist nicht besonders hygienisch. Aber dafür schmeckt es total. Da ist noch ein bisschen was übrig. Oh nein, meine Hand. Sie steckt fest. Kannst du mir helfen, Kate? Ja, natürlich. Ich habe hier eine Kettensäge. Äh, nein, vielen Dank. Oh, Emma, du bist ein echtes Genie. Vielen Dank. Weg über diesem Glas. Emma, jetzt bist du dran. Oh, cool. Schaut euch diese Schokolade an. Schaut euch diese Schokolade an. Ich kann euch eines versprechen, die werde ich aufessen. Dafür habe ich sogar einen richtig guten großen Löffel. Mann, ist das gut. Sieht echt köstlich aus. Verdammt, dieser Löffel ist zu klein für das Gefäß. Okay, ich schaffe das auch so. Äh, Kate, schon mal was von Tischmanieren gehört. Emma, ich glaube, du solltest mal duschen. Was? Stimmt was nicht? Ach, komm schon, das kann ich noch aufessen. Wow, riesige Schoko-Pommes. Ja, ich wünschte, ich hätte was Größeres bekommen. Nur, dass ich eine mittlere Packung habe. Der einzige Vorteil ist, dass ich die mit einem Bissen schaffe. Das würde ich nicht gerade als Pluspunkt bezeichnen. Hey, was machst du denn da, Kate? Schau dir Mary an. Ich habe voll die geniale Idee. Wenn ich Pommes mit verschiedenen Soßen esse, kann ich doch auch meine Schoko-Pommes mit verschiedenen Soßen essen. Das schmeckt richtig gut. Ein echtes süßes Meisterwerk. Mary, was ist hier los? Ich kann mich nicht mehr länger zurückhalten. Tut mir leid. Ich will alles auf einmal aufessen. Ja, du hast es geschafft. Also, bin ich jetzt dran. Oh, das ist so richtig schokoladig. Oh nein, die Packung fällt. Armer Ted, sei doch vorsichtig. Oh je, Geminis hat ihn so richtig erwischt. Ah, was für schöne Sterne. Bitte, sagt mir, dass ich mir das nur einbilde. Ich befürchte nicht. Ich glaube, das sind echte Oktopusse. Ich habe Schleim am Finger. Oh, die sind echt schleimig. Wieso muss ich die anfassen? Ah, das ist echt eklig. Der stinkt ja so richtig. Aber ich muss das Ding probieren. Ich werde einfach nicht einatmen, um den Geschmack nicht so sehr zu fühlen. Ich glaube, ich habe es geschafft. Dad, jetzt bist du dran. Viel Glück. Ja, Glück werde ich gebrauchen. Ich weiß gar nicht, wie ich da anfangen soll. Schau doch nur, wie eklig diese Tentakel wackeln. Außerdem haben die einen richtig schrecklichen Geschmack. Und die sind echt steif. Ich kann doch nicht immer was normal abbeißen. Komm schon, reiß dich zusammen. Okay, einfach Augen zu und durch. Ich muss das schaffen. Irgendwie ist mir nicht gut. Hä, was hast du denn vor, Kate? Ich habe nicht vor, einen rohen Oktopus zu essen. Ich brauche einfach einen Gasbrenner und eine Bratpfanne. Damit werde ich ihn einfach ein bisschen braten. Siehst du, schon sieht er nicht mehr so eklig aus. und er ist auch sicher nicht mehr so schleimig. Es wird Zeit, dass ich dieses Gericht probiere. Und das schmeckt ziemlich gut, würde ich sagen. So etwas würde ich mir sogar in einem Restaurant bestellen. Wow, das machst du toll, Kate. Was treibt ihr denn da? Was für eine kleine Portion. Voll schade. Schaut mal her. Ihr könnt neidisch sein. Wow, Mary. Was hast du denn da? Siehst du es nicht selber? Eine riesige Wassermelone. Ich liebe sie. Wieso ist das Leben so ungerecht zu mir? Wieso kriegt jemand eine gigantische Wassermelone und ich nur so einen kleinen Kaugummi? Der ist auch noch ganz schön hart. Bist du dir sicher, dass du das Ding fangen wirst? Nein, finde ich mir nicht. Tja, sie hat ihre Fähigkeiten ein bisschen überschätzt. Nein, gar nicht. Ich habe den Kaugummi gefangen. Okay, das heißt, ich kann jetzt weitermachen mit meiner süßen kleinen Wassermelone. Zuerst muss ich sie schälen. So in etwa. Sieht doch schon mal gut aus, oder? Mh, dieses schöne Fruchtfleisch. Das ist so schön saftig und rot. Ich liebe es. Das war den Aufwand wert. Mh, ich bin fertig. Wie soll ich denn an das Fruchtfleisch rankommen? Ich benutze einfach diesen Hammer hier. Einfach mal drauf losschlagen. Oh Mann, das sieht brutal aus. Du meine Güte, Mary, das habe ich nicht von dir erwartet. Ich habe es auch nicht von mir erwartet, aber jetzt brauche ich noch einen Mixer. Daraus mache ich mir jetzt einen lecker Schmecker-Wassermelon-Smoothie. Wow, sowas habe ich echt noch nie gesehen. Freut mich, Teddy, dass ich dich ein bisschen überraschen konnte. Jetzt muss ich das noch irgendwie trinken, aber wie, das ist das Problem. Sei schön vorsichtig, Mary. Lass das Glas nicht umfallen. Mann, das ist echt schwer. Ich kann es nicht halten. Was treibst du denn da? Tut mir leid, das wollte ich nicht. Das Glas war einfach viel zu schwer. Ich habe es nur gut gemeint. Finger weg, das schaffe ich jetzt auch selber. Okay, das wollte ich doch nicht. Du bist aber dran schuld. Oh wow, ein riesiger Eimer mit Maltesers. Ich liebe diese Portion. Mann, und ich dachte, ich hätte einen Eimer bekommen. Schau dir meine Portion an. Ich meine, das sieht echt mickrig aus. Da werde ich wohl eine Pinzette gebrauchen, um diese Bonbons irgendwie zu essen. Ich hoffe, dass die wenigstens schmecken. Die schmecken kaum. Da muss ich gleich mehrere mir in den Mund legen. Vielleicht gleich den ganzen Eimer. Jetzt schmecken die um einiges besser. Ich kann es kaum erwarten. Die sind so richtig köstlich, so schokoladig und knusprig zugleich. Dieser unverwechselbare Geschmack, der macht mich so richtig verrückt. Ich kann die Dinger noch mit so einem riesigen Strohhalm einsaugen. Drei, zwei, eins, ich habe es geschafft. Das war es. Ah, hier kommt noch ein letztes Bonbon. Gut, Mary, jetzt bist du dran. Ich habe schon angefangen, aber irgendwie komme ich nicht damit zurecht. Ich habe die Nase voll. Ich werde einfach eine Säge benutzen. Damit wird es sicher klappen. Na also, habe ich es doch gesagt. Tad, denkst du dasselbe, was ich denke? Oh, wunderschön. Ich habe noch nie was Besseres probiert. Hey, wo seid ihr denn hin? Wo sind meine Süßigkeiten? Bleibt sofort stehen. Wir müssen schneller rennen. Ich werde euch noch schnappen. Ihr solltet besser gleich aufgeben. Haben wir nicht vor. Ich habe noch nie so ein kleines Nutella-Glas gesehen. Ich habe ein klassisches Nutella-Glas. Ach du, meine Güte, hast du das schon mal gesehen? Also ich nicht. Aber letztendlich musste ich auch mal Glück haben in dieser Challenge. Ich will meine Schokopaste jetzt sofort probieren. Mann, die ist echt köstlich. Ich habe auch nichts dagegen, meine Nutella zu probieren. Erstmal den Deckel öffnen, Folie abnehmen und den Finger da rein tunken. Dieses Glas ist zwar klein, aber trotzdem ganz schön fein. schließlich schmeckt Nutella immer, egal wie groß die Portion ist. Oh nein, ich glaube, dieses Glas steckt in meinem Mund fest. Äh, Mary, verschluck dich mal nicht. Mach dir keine Sorgen, ich habe es geschafft. Bravo, gut gemacht, tolle Leistung. Jetzt wird es Zeit, dass ich weitermache. Ich habe auch schon den Deckel abgenommen, die Folie weggeknickt und mir einen Löffel geschnappt. Mann, ist das köstlich. Meine Hand greift von selbst nach dem nächsten Löffel. Ich habe doch gesagt, ich kann mich nicht beherrschen, wenn ich Nutella in die Hände bekomme. Wer braucht einen Löffel? Ich mache einfach mit der Hand weiter. So schmeckt es gleich viel besser. Oh nein, meine Hand steckt fest. Was soll ich jetzt machen? Ted, bitte beruhig dich. Wir werden dir helfen. Was für ein blödes Glas. Okay, wir haben es geschafft. Das gesamte Glas ist voller Schokolade. Das ist voll eklig. Nun, wenn ihr fertig seid, dann gehe ich mal eine Runde schwimmen. Was treibt die da? Ich glaube, die ist in die Nutella einfach abgetaucht. Ach du meine Güte. Ich hoffe, es geht ihr gut. Ich lebe noch. Das ist so ein tolles Gefühl, einfach in Nutella zu baden. Wo sind unsere Süßigkeiten? Ah, da kommen sie ja. Das war's? So ein winziges kleines Auge? Moment, das war noch nicht alles. Du hast ein winziges Auge? Meins ist um einiges größer. Schaut mal, wer hier Glück gehabt hat. Genau. Ich bin hier die glücklichste. Schaut mal, was ich bekommen habe. Habt ihr sowas je gesehen? Au! Ich will das unbedingt probieren. Wirst du aber nicht? Viel Spaß mit einem Baby. Das ist so klein, das habe ich mit einem Bissen geschafft. Oder so. Jetzt hast du nicht mal das kleine Auge mehr. Schau, wie groß mein Ding ist. Gibst du mir ein Bissen? Was? Nein, ich schaffe das selber. Oh, wie köstlich. wenn das so lecker ist, dann gib mir auch was. Nein, nicht anfassen. Das ist mein Auge. Ich will doch nur probieren. Nein! Das geschieht dir zurecht. Bleib auf dem Boden und ich esse so lange. Nein, das ist mein Auge. Meins. What? Warte, ich beiß hier ab. Oh Mann, Kate, gibst du mir was ab? Geh weg. Niemand will mit mir teilen. Oh no! So ist es. Außerdem werde ich mein kleines Auge ohne dich essen. Aber wie soll ich das machen? Na, hast du's geschafft? Oh, ihr geholfen werden. Jetzt müssen wir dich retten. Oh je, pass auf. Was habe ich für gute Freunde. Die haben mich gerettet. Und mir auch noch was von meinem Auge hinterlassen. Oh nein, Chili ist gar nicht gut. Ich würde sagen schrecklich. ihr könnt gut reden. Schaut mal, was ich habe. Was soll ich damit anfangen? Gigantisch. Okay, keine Sorge, wird alles gut. Cindy fängt eh als Erste an. Genau. Ich werde es schaffen. Schaut, so einfach geht das. Das ist ja überhaupt nicht scharf. Nein, nein. Viel zu scharf. Ich brauche Wasser. Puh, jetzt geht es mir besser. Komm Andy, jetzt bist du dran. Ich aber ich fürchte mich. Schneller. Ich kann nicht mehr länger warten. Oh je. Scheint, dass ich mich erst schlecht fühlen werde. Ich brenne. Lösch das. Wir brauchen Hilfe. Wir kommen. Die Feuerwehrmänner Cindy und Kate. Danke. Ohne euch wäre ich definitiv verbrannt. Na Kate, jetzt kommst du aber dran. Ich habe aber keine Zeit mehr. gehe besser. Nein, du gehst nirgendwo hin, bevor du das nicht gegessen hast. Okay, habt mich überzeugt. Ich werde diesen Chili probieren. Das ist nicht schlecht. Das war's. Nein, nimm noch was. Was machst du? Wir hämmern dir den Chili ein. Mach schon. Ich dachte, wir wären Freunde. Wir sind Freunde und diese Freunde müssen in Deckung gehen. Genau, es fängt an zu brennen. ich spüre schon, wie scharf das ist. Hilfe! Mach's gut, Kate. Send uns Bilder aus dem Weltraum. Ich glaube, das wird jetzt eine Weile dauern. Ich hoffe, wir haben was Leckeres. Und ich kriege was Großes. Ran ans Zeug. Das soll alles sein? So ein kleiner Burger? Da hast aber Pech gehabt. Halt die Klappe. Ich liebe Burger. Und ich hätte gerne mehr davon. Scheint, als würde ich am meisten haben. Darauf kann ich wetten. Hab ich's doch gesagt. Klasse. Was? Das ist voll unfair. Der sollte mir gehören. Jetzt schrei nicht. Sieh mir besser beim Essen zu. Ich bin ein ordentliches Mädchen, also werde ich eine Serviette gebrauchen. Außerdem brauche ich eine Gabel und ein Messer, um meinen Burger zu schneiden. Wow. Wir können nichts sehen. Ich erzähle dir das. Ein elegantes Mädchen schneidet ihren eleganten Burger und isst ihn. wie lecker. Und jetzt noch den Mund sauber machen. Jetzt seid ihr an der Reihe, meine Freunde. Ich hab zu viel Hunger. Also esse ich diesen Burger so schnell wie möglich. Ich stecke ihn mir einfach in den Mund. Wie lecker. Manieren wurden dir definitiv nicht beigebracht. Wer kümmert sich schon um Manieren? Wenn man so ein Leckerchen vor sich hat. Schade, dass es so klein war. Ja, ihr Armen, nur mein Burger ist wirklich beeindruckend. Der ist so schwer, ich kann ihn gar nicht hochheben. Dann esse ich ihn einfach so. Lass dir helfen. Vergiss es, das alles gehört mir. Ich zeige euch, wie ich das bequem und schnell mache. Ich brauche ein größeres Messer. Was soll das? Das ist auch zu klein. Ich brauche eine Kettensäge. Nein, tu es nicht. Beruhigt euch, ich brauche doch nur den Burger. Jetzt sind wir fertig. Schaut mal, wie schön. Jetzt geht das viel bequemer und schneller. Und die Hauptsache ist, dass ich mir nicht einmal die Hände damit schmutzig mache. Wirklich? Willst du mit uns teilen? Wie bitte? Niemals! Was bist du so gierig? Ich bin nicht gierig, ich hab bloß Hunger. Wohl bemerkt, ich beobachte euch. Oh man. ist mir egal. Das war köstlich. Schau dir deinen Bauch an. Schämst du dich nicht? Was Bauch? Was soll ich jetzt tun? Ich muss dringend Sport treiben.